Danke. Willkommen zurück. Wir sind mit Frau Köpping, der Gesundheitsministerin, bei der neuen Corona-Verordnung und danach wird Ralf Schreiber noch andere Themen aus dem Kabinett vorstellen. Sie dürfen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach diesem schwierigen, wirklich schwierigen Thema zur Ukraine kommt jetzt trotzdem auch das nationale bzw. das, was in Sachsen natürlich auch noch umtreibt, das ist die Corona-Lage in Sachsen. Ich würde zunächst beginnen mit der aktuellen Situation, die wir in Sachsen haben. Wir haben heute eine Inzidenz von 1.171,9. Das ist im bundesweiten Vergleich wieder Platz 8. Ihr erinnert sich, letzte Woche konnte ich das auch verkünden. Das heißt, wir liegen in einem guten Mittelfeld. Heute ist die Inzidenz zwar wieder leicht gesunken, aber das ist immer an dem Montag bzw. nach dem Montag der Dienstag so. Heute sind natürlich auch wieder hohe Zahlen zu verzeichnen, was Neuinfektionen betrifft. Wir haben eine Bettenauslastung auf den Normalstationen von 960 Betten, die mit Covid-Patienten belegt sind. Daran sieht man, dass die Zahl relativ stabil ist. Sie ist zwar leicht gestiegen, aber es variiert immer zwischen den Tagen, sodass wir das, was Sie angekündigt haben, dass wir in den nächsten 14 Tagen keine Überlastungsstufe erreichen, nach wie vor bestätigen können. Auf den Intensivstationen haben wir 169 Betten belegt. Auch dort sind wir unter der Überlastungsgrenze, die ja bei 220 liegt, wie Sie wissen. Und insofern ist auch dort immer noch eine normale Situation zu verzeichnen. Die Zahlen sowohl bei den Intensivstationen als auch auf den Normalstationen stagnieren. Und das ist gut so. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, dass es wichtig ist, dass wir vorsichtig bleiben. Vorsichtig bleiben, was Abstandsregeln betrifft. Vorsichtig bleiben, was das Tragen der Masken betrifft. Und vorsichtig bleiben, auch bei der Umsetzung von Hygienekonzepten. Warum sage ich das? Weil eben die Inzidenzen nach wie vor sehr hoch sind. Und das merken wir mittlerweile in allen unseren Kreisen, dass es immer mehr Menschen gibt, die positiv getestet worden sind und sich deswegen in Quarantäne befinden. Die Impfquote in Sachsen hat heute die 64 Prozent erreicht. Das ist die Grundimmunisierung. Also zweimal geimpft. Wir kommen aber da nicht weg von dem sogenannten letzten Platz. Wir haben bei den über 60-Jährigen eine Impfquote von 82,4 die immunisiert sind. Wenn wir nochmal an den Januar denken, da lagen wir bei 77 Prozent. Also auch dort haben wir einen leichten Zuwachs. Wir haben die Menschen ja nochmal angeschrieben. Deswegen bitten wir nach wie vor, dass sich gerade die Menschen, die über 60 Jahre alt sind, wirklich impfen lassen. Bei der Boosterquote bei den über 60-Jährigen sind wir bei 68,1 Prozent. Alleine an diesen Zahlen kann man nochmal gut erkennen, dass wir nach wie vor diese Mahnung zur Vorsicht einhalten müssen. Die Grundlage für die Entscheidung, unsere Corona-Maßnahmen zu lockern, die habe ich gerade genannt, dass sich die Prognosen, die wir für Sachsen hatten, bestätigt haben. Deswegen gehen wir bei den Lockerungen, die wir heute im Kabinett beschlossen haben, auch leicht über die Eckpunkte hinaus. Das ergibt sich immer dann, wenn wir natürlich sowohl die Diskussion im Kabinett, aber eben auch die Anhörung durch die unterschiedlichen Träger durchgeführt haben. Wir haben jetzt die 49. Corona-Schutz-Verordnung, die gültig sein wird vom 4. März bis einschließlich dem 19. März. Was nach dem 19. März passiert, das kann ich Ihnen heute noch nicht beantworten. Wir wissen es nicht. Ich bin im täglichen Kontakt mit Berlin, ob es einen Entwurf zum neuen Infektionsschutzgesetz gibt oder nicht. Bisher habe ich dazu noch keine Antworten. Deswegen ist diese Verordnung jetzt auch noch für zwei Wochen gültig. Ich habe es gerade gesagt, Grund dafür ist das Auslaufen der Rechtsgrundlage, was das Infektionsschutzgesetz des Bundes ist. Wie es danach weitergeht, werden wir sehen. Wir haben aber auch, wie angekündigt letzte Woche, keine Notfallverordnung mehr, sondern eine ganz normale Corona-Schutz-Verordnung. Auch das hatte ich angekündigt. Das heißt, dass wir keine weiteren Schließungen in Sachsen vorsehen. Es gibt keine abgestuften Maßnahmen, abhängig von der Bettenbelegung. Das heißt, selbst wenn wir die 1.300 bei den Normalbetten auf den Stationen überschreiten würden, danke, heißt das nicht, dass wir sofort zu stärkeren Maßnahmen kommen, sondern, und das haben wir in der Corona-Schutz-Verordnung eingearbeitet, wir haben eine Vorbehaltsregelung. Sollten wir also in Sachsen sehen, dass sich eine Entwicklung, die wir jetzt im Moment nicht abschätzen können, entwickelt, dann würden wir natürlich auch wieder zu verstärkten Maßnahmen sprechen müssen und diese dann auch beschließen können. Was lockern wir nun ganz konkret? Im Wesentlichen, und das ist der Tenor über alles, was wir jetzt machen, soll es überall eine 3G-Regelung geben. Bei der Kontakterfassung, auch das hatte ich letzte Woche schon in den Eckpunkten angekündigt, wird nur noch in den Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens die Kontakterfassung selber erfolgen. Das ist also geblieben zur Ankündigung der Eckpunkte. Bei der Maskenpflicht bleibt es grundsätzlich weiterhin, bei der FFP2-Maskenpflicht, in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen, das heißt auch für den Handel. Da gab es ja noch mal eine Diskussion, ob es dort eine Veränderung gibt. Wir haben uns dazu entschieden, dass es weiter eine FFP2-Maskenpflicht gibt. Was wegfällt im Handel ist die sogenannte Quadratmeter-Regelung und das gilt auch für den Handel, Museen und Spielhallen. In der Gastronomie, einschließlich von Bars und das ist wieder dieser schöne Begriff, ohne die Tanzlustbarkeiten, haben wir die 3G-Regelung, sowohl für innen als auch für außen. In der Beherbergung, die bisher mit 3G war, also die bleiben bei 3G, haben wir freigestellt, die Ferienwohnungen und Campingplätze, die werden ohne G sein. Also Beherbergung 3G und Ferienwohnungen, Campingplätze ohne G. Neu ist auch die Möglichkeit für Diskotheken und Clubs. Das war uns wichtig, die sogenannten Tanzlustbarkeiten. Dort haben wir eine 2G-Plus-Regelung eingeführt, haben keine Maskenpflicht, keine Kapazitätsbeschränkung und keine Abstandsregelung. Das war bisher komplett geschlossen und ich sage es ganz deutlich, das freut uns wirklich, weil das eines der Branchen ist, die wirklich die längste Zeit in der Vergangenheit geschlossen hatten. Zur Kultur, Freizeit und Sportveranstaltungen. Die erste Kategorie sind die Veranstaltungen unter 1000 Besuchern. Dort haben wir einen Zugang mit 3G geregelt. Im Innenbereich, das ist wie der Umsetzung des MPK-Beschlusses, maximal 60% Auslastung, höchstens 6000 Personen gleichzeitig. Und im Außenbereich maximal 75% Auslastung, höchstens 25.000 Personen gleichzeitig. Diese Passage ist eindeutig MPK-Beschluss und wir haben aber gleichzeitig noch eine Kategorie 2 eingeführt. Das sind die Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern und dort haben wir ein Optionsmodell zusätzlich möglich gemacht. Wir haben einmal die 2G mit oben genannten Auslastungsgrenzen, also nochmal die 60% bzw. die 75% und wir haben ein 3G-Modell mit maximal 50% Auslastung, egal ob das Innen oder Außen ist. Das ist die Option, die wir zusätzlich noch aufgenommen haben, um dort ebenfalls Varianten und Möglichkeiten anzubieten. Am Platz soll weder bei Kultur, Freizeit noch Sportveranstaltungen zukünftig eine Maskenpflicht mehr gelten. Das heißt, wir haben dort keine Maskenpflicht mehr am Platz, egal ob es eine 2G- oder 3G-Regelung ist. Weitere Lockerungen, die wir vorgesehen haben, und das sind die Lockerungen ohne G. Das ist für den Bereich Dienstleistung, Reisebüros, Versicherung, Solarien, Kirchen, Außensportanlagen und Außenbereiche von botanischen Gärtenzoos, Tierparks, Museen. Ebenfalls ohne G werden zukünftig alle Beerdigungen und ebenfalls ohne G alle Eheschließungen im Außenbereich stattfinden können. Lockerungen auf 3G haben wir derzeit bei den körpernahen Dienstleistungen, bei den Aus-, Fort- und Weiterbildungen, bei den Innensportanlagen, die bisher eine 2G plus hatten, bei Messen und Kongressen. Auch die sind unter 3G, auch nochmal wichtig. Und alle Bäder, Saunen und auch Dampfsaunen. Bei Lockerungen generell haben wir bei der Prostitution, dort haben wir eine 2G plus Regelung eingeführt. Das sind die Prostitutionsstätten, die bisher bereits eine 2G plus Regelung hatten. Jetzt ist das für die Prostitution insgesamt geregelt. Das heißt nochmal insgesamt zusammengefasst. Wir haben fast überall 3G und nur noch 2G in den bereits von mir genannten eingeschränkten Bereichen bei Großveranstaltungen und 2G plus nur noch bei Diskotheken und Prostitutionen. So viel zur Corona-Schutzverordnung. Wenn ich gleich noch anschließen darf, ich versuche es auch wirklich schnell zu machen, zu den Impfstrukturen, weil ich glaube, das ist auch nochmal interessant, das haben wir heute auch im Kabinett beschlossen. Wir haben die künftigen staatlichen Impfstrukturen im Kabinett heute nochmal diskutiert und auch beschlossen. Wir wissen alle, dass die Nachfrage natürlich weiter deutlich zurückgegangen ist. In der 8. Kalenderwoche hatten wir nur noch 28.620 Impfungen in Sachsen. Aktuell haben wir in Sachsen 64 staatliche Impfstellen und ca. 19 kommunale Impfstellen mit ca. 15 Impfangeboten in Krankenhäusern. Wir haben die Anpassung der staatlichen Angebote nach Nachfrage geregelt, heute in unserem Kabinettsbeschluss. Das heißt, dass wir ab April oder Mai die Reduzierung auf 29 staatliche Impfstellen durchführen wollen und damit eine Tageskapazität, die jetzt bei ca. 20.000 Impfungen liegen könnte, auf 11.000 Impfungen pro Tag reduzieren. Damit haben wir immer noch ein sehr gutes, flächiges Angebot in Sachsen möglich und das heißt, dass wir ca. zwei Angebote pro Landkreise bzw. kreisfreie Stadt haben. Die Infrastruktur ab Juni, auch dazu haben wir Vorkehrungen getroffen und werden dazu in Kürze weiterhin im Kabinett berichten. Mein Plan ist an dieser Stelle, um das auch nochmal deutlich zu sagen, dass ab Juni dann pro Landkreis eine Impfstelle und pro kreisfreie Stadt zwei Impfstellen möglich bleiben sollen. Und wichtig ist, dass wir das nötige Verwaltungspersonal, was sowohl beim DRK als auch bei der KVS, können wir bereits längerfristig bis zum Jahresende binden. Das ist wichtig, um den Grundbetrieb zu sichern. Ich habe das immer genannt unter dem sogenannten Stand-by-Prinzip und Betrieb. Da freue ich mich, dass das Finanzministerium diesmal unserem Vorschlag gefolgt ist und wir diese Stand-by-Lösung tatsächlich anbieten können. Denn wir wissen, dass wir gerade nach den letztlichen Auf und Abs in den Impfungen eine gewisse Grundvariante halten müssen, damit wir schnell reagieren können, wenn es zu einer Bedarfssituation oder Änderung kommt. Die Situation könnte sich zum Beispiel schon wieder ändern im Herbst, wo unsere SIKO, die Sächsische Impfkommission sagt, dass es voraussichtlich für jeden Bürger eine vierte Impfung geben muss. Genau aus dem Grund haben wir das heute im Kabinett so vorgegeben und gelöst. Wir haben weiterhin, dass wir auch für den Herbst natürlich unsere weiteren Anbieter, zum Beispiel eben unsere Arzt-Arztpraxen, völlig logisch, aber eben auch Apotheken. Über 80 Apotheken haben sich zurzeit in Sachsen bereit erklärt, das Impfen eben auch in der Zukunft mitzugestalten. Betriebsärzte und Zahnärzte sind ebenfalls im System. So viel vielleicht zu den aktuellen Dingen, die wir heute im Kabinett beraten beziehungsweise beschlossen haben. Vielen Dank. Fragen? Daniel Schröder, MDR. Frage zur Corona-Schutz-Verordnung. Der Ukraine-Konflikt bewegt ja viele Sachsen, gehen auf die Straße demonstrieren. In sozialen Medien gibt es Kritik, dass einige der Demonstranten sich nicht an Corona-Regeln halten würden. Können Sie noch mal skizzieren, unter welchen Bedingungen ist es jetzt zukünftig möglich, Sachsen zu demonstrieren, unter anderem auch eben für Frieden im Zuge dieses Konflikts Russland gegen die Ukraine? Also das gilt seit der letzten Verordnung bereits, dass eine Maskenpflicht ja da ist bei diesen Demonstrationen. Ich selber war ja am Donnerstag auch auf einer Demonstration in Leipzig. Da kann ich nur sagen, dass wirklich sehr gut umgesetzt wurde. Und natürlich ist dort, wo das nicht umgesetzt wird, hier auch der Aufruf. Ich finde es gut und richtig, dass die Menschen auf die Straße gehen, gegen den Krieg demonstrieren. Aber sie sollen sich bitte auch an die Corona-Auflagen halten. Ich habe ja vorhin die schnelle Infektionszahlenentwicklung genannt. Das gilt bei jeder Demonstration, auch bei diesen Demonstrationen. Kai Kollenberg, FAZ. Können Sie mal erläutern, was Sie dazu bewogen hat, dieses dritte Modell mit der 50-prozentigen Auslastung für die Veranstaltungen über 1.000 Besucher jetzt zu ergreifen oder möglich zu machen? Ja, sehr gerne. Wir haben ja gesagt, dass wir immer in der Zeit der Eckpunkte bis zum Beschluss immer die Anhörung haben. Und das war ein ganz wichtiger Wunsch unserer Sportverbände. Und deswegen haben wir dem auch Folge leisten können, aufgrund der aktuellen Entwicklung. Beate Dietze, MDR. Maskenpflicht in den Schulen? Das ist ja die richtige bzw. der Beschluss des Kultusministers, der vorliegt. Und die Maskenpflicht ist so wie in den Eckpunkten vorgestellt. Soll sie ab 8. März, jetzt gucke ich nochmal zum Regierungssprecher, abgesetzt werden. Bis dahin gilt sie noch. Und ab 8. März wird sie am am Platz. Also ich will es immer richtig sagen. Das heißt, am Platz, so wie wir das jetzt auch zum Beispiel für Kultur- und touristische Veranstaltungen gemacht haben. Richtig, Herr Regierungssprecher? Ab 7. März. Ab 7. März, danke. Danke. Tino Borutz, Freie Presse. Gibt es eine Veränderung bei den Außensportanlagen? Und wenn ja, welche? Ich glaube, die haben Sie nicht vorgetragen. Ach, die habe ich vorgetragen. Dort habe ich gesagt, dass es kein Geh mehr gibt, ne? Ja, wir gucken kurz nach. Aber ja, Außensportanlagen, ich war richtig. Kein Geh mehr. Immer für kritische Nachfragen sind wir immer offen. Wenn es leid ist, dass bei den Eckpunkten, wo Sie damals die medizinische Maske ja auch so überlegt haben, was war denn Ausschlag, dass Sie auch beim Einkaufen war das, glaube ich, bei zwei Masken bleiben? Also die Möglichkeit des Tragens einer medizinischen Maske und so, genauso habe ich es gesagt in der letzten Pressekonferenz, ist eine Möglichkeit, die eröffnet worden ist auf der MPK. Die Anhörung hat ergeben, dass das Tragen der FFP2-Maske für die nächsten 14 Tage in Sachsen von, ehrlich gesagt, fast allen empfohlen wird. Und deswegen sind wir auch bei der Empfehlung, FFP2-Masken weiter zu tragen geblieben. Weitere Fragen? Bruna Saft, Sächsische Zeitung. Eine sehr unterschiedliche Gemengelage, die man in Sachsen hat. Das ist ja auch geschrieben worden in den einzelnen Zeitungen, dass die Landkreise zum Beispiel sehr zufrieden waren mit der Ausgabe, wie wir miteinander verabredet haben. Wir haben ja eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit dieser Handlungsmöglichkeit für die Landkreise und kreisfreien Städten beschäftigt. Es gab noch zwei kleine Konkretisierungen, aber das sind relativ kleine, die wir dort vorgenommen haben. Und es gibt eine Präzisierung, die wir auch noch vorgenommen haben, ist der Umgang mit den Auszubildenden. Das war so ein Punkt, der noch sehr offen war und den haben wir so geklärt, dass also der Auszubildende, der seine Ausbildung schon begonnen hat und nicht geimpft ist, auch an dem Ausbildungsort, wo er sein Praktika machen muss, dann tatsächlich weiterarbeiten kann. Wenn immer diese Oberüberschrift, die Versorgungssicherheit, damit gewährleistet ist. Und das ist so eine Konkretisierung, die wir dort vorgenommen haben. Wir werden das in den nächsten ein, zwei Tagen auch noch mal veröffentlichen auf unserer Internetseite. Das ist jetzt das endgültige Papier, was wir vorgesehen haben. Und das waren auch die Anregungen, die wir aus der kommunalen Ebene noch mal bekommen hatten. Michael Deutschmann, Bild-Zeitung. Das Infektionsschutzgesetz läuft ja am 19. März aus. Eine provokative Frage. Schauen Sie dem Termin mit einer gewissen Erleichterung entgegen, weil Sie ja auch immer wieder kommuniziert haben. Ich würde auch gerne mal über etwas anderes reden als über Corona. Oder mit Sorge? Also wie bereitet sich denn Sachsen auf den Fall vor, dass bis auf die viel zitierten Basisschutzmaßnahmen, manche Leute sagen auch Basisfreiheitseinschränkungen, dass alles andere dann wegfällt? Gibt es da eine Art Stufenplan, eine Abstufung oder eine Kommunikationsstrategie, wie Sie damit umgehen wollen? Also das eine ist, wenn es kein Infektionsschutzgesetz mehr gibt, gibt es auch keine Basismaßnahmen mehr. Da habe ich auch keinen Stufenplan mehr. Also das eine bedingt ja das andere. Wenn es tatsächlich nochmal ein Infektionsschutzgesetz geben sollte, was die Basismaßnahmen betrifft, dann hoffen wir, ich kann das ja einfach noch nicht sagen, weil es noch nicht vorliegt, Basismaßnahmen finde ich immer gut, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, auf Hotspots zu reagieren. Das wäre so eine Sache, wo wir dann als Freistaat sagen können, wenn das oder das erreicht ist, was die Bettenbelegung betrifft, wir richten uns ja immer nach der medizinischen Auswirkung, dann muss man eventuell wieder die eine oder andere Maßnahme einführen. Wenn es kein Infektionsschutzgesetz gibt, können wir das nicht. Und das ist die Frage, die steht. Sie können mir glauben, dass ich fast täglich nachfrage in Berlin, wie weit es denn ist. Heute soll nochmal eine Entscheidung kommen. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ob sie kommt oder nicht. Sie wissen ja auch, dass die FDP zum Beispiel da keine, keine Verlängerung des Infektionsschutzgesetzes mehr möchte. Und das ist die Auseinandersetzung, die es zurzeit gibt. Vielleicht das noch zur Ergänzung. Deswegen ist das nicht nur so plakativ gesagt, wenn ich eingangs meines Vortrags immer sage, es liegt jetzt auch ein bisschen an uns, an den Bürgerinnen und Bürgern. Wir geben ja ein ganzes Stück Eigenverantwortung zurück, für die ich auch übrigens sehr bin, dass man eben tatsächlich, auch wenn die Maskenpflicht an bestimmten Orten nicht vorgeschrieben ist, aber wenn ich eben merke, ich stehe da sehr eng mit Menschen zusammen oder ähnlich, dass ich mich schütze, weil eben die Übertragbarkeit des Omikron-Virus einfach sehr stark ist. Weitere Fragen? Kann ich nicht erkennen. Dann Herr Schreiber. Ich habe nur einen einzigen Punkt, einen Terminhinweis. Im Hinblick auf die Situation der Ukraine hat der Ministerpräsident in seiner Funktion als Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten für den Donnerstag, den dritten Dritten, zu einer Sitzung in Berlin eingeladen, an dem auch die Außenministerin teilnehmen wird. Und im Anschluss wird es in Berlin dann auch zu den Ergebnissen entsprechende Pressestatements geben. So viel von mir. Gibt es dazu Fragen? Kann ich nicht erkennen. Dann danke ich Ihnen für das Kommen und die Geduld und schönen Tag noch. Dann danke ich Ihnen für das Kommen und die Geduld.